So, 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 YouTube, hallo, hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch in unserer Runde und wir haben schon 6.000 Punkte und nochmal 6.000 Punkte in Bangladesch erreicht. Da stehen noch ein paar Röntgen aus, genauer gesagt drei Stück und mal gucken, wo wir hinkommen. Wir haben also noch ein paar tolle Minuten vor uns, hoffe ich. Im besten Fall eine Stunde und ich würde sagen, let's go ab nach Chile. Oder Philippinen? Hm. Äh, 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 also Kirgizistan oder so oder Mongolei, Mongolei wahrscheinlich. Und hallo Leoplei, moin, bin neu hier. Das ist schön. Ich auch. Okay, die Sonne ist im Süden, wir sind im Norden. Sehen wir da so eine Jurte? Ja, okay, Mongolei. Wow. Scheiße. Oh. Okay. 3-A-Cup. Manchmal sieht man das ganz schnell auf der Karte. Ich meine, so viel Ordner haben die ja gar nicht. Und anhand der Straße, nicht, die haben auch nicht so viel Straßen, also, das, das geht schon, ähm, relativ gut herauszufinden, wo man durchaus ist. Arin. Das wird der Stadtname sein, oder? Oder heißt das Achtung? A-Y, A-Y. Wahrscheinlich eher hier oben irgendwo, oder? A-A, ne, N-A, A-Y-A. A-N, A-N ist irgendwie so ein Standard. A-Y. Oder irgendeine Hochebene, könnte das auch sein. Oder steht halt Achtung. Und ich kann es nur nicht lesen. Achtung, Vorsicht, Steinschlag und Reifen. Ich sehe nur, gar kein A-Y hier bei den Dörfern. A-N sehe ich ständig. Wahrscheinlich ist das dann doch wirklich was ganz, ganz Kleines, nicht? A-E. Bayern ist hier sehr gut ja nicht vorsagen außer du hast es gesehen wenn du es kennst wir müssen schon die Informationen selber herausfinden sofern man sich hier vorbewegen kann ich weiß viele wissen anhand schon dass Autos das Auto ist nur da links gefahren oder nur die rechte Straße der Mongolei wird überhaupt abgefahren aber so eine Information weiß ich nicht von daher kann ich das nicht als Hinweis hernehmen ok aber ganz ehrlich ich komme hier nicht voran also das ist ganz schwer ich kann wirklich nur klicken ich kann weder mit W noch hier klicken vorankommen das ist schlecht und danke für den Follow ich glaube ich nehme deinen Hinweis in dieser Moment aber an weil wenn man hier nicht fahren kann dann ist es nämlich assy passy und ich wollte nochmal Danke Maximum sagen aber der war vorhin nur kurz da ich habe gar nicht mitbekommen die Box hat gar nicht den Sub vorgelesen da muss irgendwas nicht geklappt haben das wollte ich nochmal abspielen habe ich jetzt gedrückt so nehme ich habe ich echt übersehen habe ich nicht gewundert warum sich die Subanzahl vorhin verändern hat da stand auch nichts im Chat okay und hier kommt man auch nicht mehr weiter okay du sagst in der Nähe von Lun siehst du ist gut dass du vielleicht doch was gesagt hast weil wir könnten nicht mehr weiterfahren und dann ist das nämlich jetzt scheiße aber wo genau da das Ding wird es ja nicht sein das ist viel zu groß dafür ich kann halt echt nur mit klicken und das nervt hast du auch nicht gesehen nicht oder er wurde nicht geteilt richtig das kann auch passiert sein weil du hättest auf jeden Fall was gesagt nicht du hättest auch gesagt du ignorierst Maximum oder sowas oder auch andere aber es wurde glaube ich gar nicht getriggert voll unfair gerade Maximum der hier Jahre schon Sub ist und zuguckt und den ignoriere ich dann wenn er mal reinkommt obwohl er sonst immer arbeiten muss ah das ist doch kacke hier also das ist so ein Standort der echt für ein Arsch ist nicht wahr okay also gerne Leo wenn du Tipps hast raus damit für diese Stelle weil hier kann ich werde ich nicht mehr an Informationen kommen bis ich hier weiterkomme machst du 1 vs 1 was ist 1 vs 1 ich mach einfach die genaue Stelle finden das machen wir immer ah ja da brauch ich nicht versuchen weiterzukommen okay wir sind in der Kurve die Straße geht West-Ost dreht sich nach Norden und hier unten nach auch nach Norden so sind wir in so einer Senke oh wir haben 3-4 Häuser da ist eine Nummer die 80 ja aber die ist nicht eingezeichnet nicht mh hier in sowas müssten wir denn sein an irgendeiner Stelle ah das ist das ist painy-wainy hm 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 okay hm gibt es noch andere Informationen auf der anderen Seite hm 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 Schittikowski Partisan Dugan, Bühren nochmal Dugan Luchsen Also ich sehe es zumindest nicht hier in der Nähe, aber klar, ist das überhaupt eingezeichnet? Ich meine, das könnte das Ding hier sein nicht Da ist zumindest irgendein Shop Aus alles, was er da zu sehen Fajab Fajab Da steht aber nur Hulul Tankstelle Apriat An-chan-an-chan-schick-schick-schack Eine Tankstelle sehe ich hier auch nicht Hmm Boah Kacke, was machen wir Steht da noch auf den Dingern O-3-Ak-bap-ho Okay, die O sind wahrscheinlich nur irgendwelche Kreise Bac-pap Drei-Ak-bap Dann guten Appetit Wir gucken mal, ob wir irgendwas herausfinden, aber ich glaube Das hier ist der Enggegner Dadurch, dass man nicht weiterfahren kann, kriege ich auch nicht mehr Informationen Wie ist die Straßenlage? Wo geht eine Straße ab? Brevenkit Undürchen Mürün Bayern Hier ist klein Deutschland, oder was? Ich sehe sonst aber auch nix Ich glaube, das ist echt mal ein Ding, wo wir einfach raten müssen, oder? Was soll ich sonst machen? Aber ich will nicht raten Bayern zockt Denke ich mir auch immer Hier die Drei, nicht? Ist dieses umgedrehte E? Das gibt es durchaus schon öfter mal Drei-A-C-B Hmm Hier ist Drei-Drei Drei-A-A Problem Wuhu Uh Drei-Y-Y Drei-P-X-Drei-T Hmm Okay Okay Ich kann leider auch nicht die Leertaste drücken Um weiterzukommen China Shipping Ich meine, die haben ein Haus, nicht? Und einen Laden Das wird nicht wirklich dargestellt auf der Karte Sonst ist hier nix Vielleicht anhand der Berge so ein bisschen Vielleicht können wir daran ja was machen Also ich sehe da eine Bergkette Und da Also im Osten Und im Norden Das könnte schon hier sein, nicht? Im Osten und im Norden Das könnte der da sein Und das da könnte das da sein So, was haben wir hier im Süden? Haben wir weniger Das könnte das sein Ist auch dichter dran bei uns Und da kommt der Höhere Das könnte das sein Das passt schon gut Und da hinten Langgezogen Kommen die anderen Die sieht man aber kaum Und da im Westen Kommt noch was Großes Das könnte das sein Ich kann hier nicht helfen Ich glaube, mir kann gar keiner helfen Wenn wir Glück haben Können wir aus dieser Situation rauskommen Indem wir ein Stück weiter fahren Das Problem ist Ich muss halt manuell klicken Ist ja nicht, dass man gar nicht vorankommt Aber Ich kann weder Große Sprünge machen Noch kann ich mit W gedrückt halten Weiter kommen Irgendwie ist das hier Total cursed Und wir bewegen uns gefühlt halt Wenn man sich mal Das Ding anguckt Ein Halben Meter pro Klick vor Und das blau am Rand Zeigt nur auf Wie viele Kilometern wir sind Also wir sind 80 Kilometer Von irgendwas weg Auf dieser Straße Die Frage ist Von was sind wir 80 Kilometer weg Jetzt 81 Und gleich wahrscheinlich 82 Das wird halt nicht helfen Nicht wahr Das ist zum Beispiel auch fies Nicht man weiß genau In welchem Land man ist Und dann kann man Sich einfach nur nicht Fortbewegen Ordentlich Hier auch noch nicht Aber wir sehen Die Straße geht Sehr lang Nach Westen Okay Die macht Also bei uns So einen Bogen Und geht dann Nach Westen weg Das würde hier Nicht passen Nicht Weil die geht Anders Und das hier Die Tankstelle Da ist nicht mal Das Gebäude Eingezeichnet Also vielleicht Doch das Ding Hier Aber das ist so Die Senke Und dann geht das So westlich weg Da müsste gleich Eine Straße Abgehen Aber vielleicht Ist die schon Abgegangen Kann keiner Mongolisch von euch Wo sind die Mongolen Experten So Kilometer 82 Was haben wir hier Was haben wir hier Was ich sehen Warum Ist da eine Sodaflasche Auf Ein Stock Auf einem Stein Mit Zeug Auf einer Pappe Am Straßenrand In der Mongolei Im Nirgendwo Kunst Oder eine Beschwörung Wir werden es nie Herausfinden Und ich fahr auch Lieber schnell weg Manche Situation Will man nicht Verstehen Fürs Foto Ach Dass die Ex Aufs Google Auto Gewartet haben Ah Okay Und die Leute Könnten Herausfinden Was das Bedeutet Und dann Einen Schatz finden Ah Eine Straße Die abgeht Naja Nicht wirklich Oder Es gibt ja Leute Die sich Totstellen Aber das hier Das sieht auf jeden Fall Wie eine Straßenausfahrt aus Steht da irgendwas Was wir lesen können Tourist Resort Hustai National Park Okay Das hilft aber Ungemeinig Hustai National Park Die müssen hier Eingezeichnet sein Oder stehen die Hier nicht da Hustai National Park Kanshenti Schutzgebiet Hustai National Park Hustai National Park Hustai National Park Das heißt wir stehen hier Das ist es Krass Doch Nuhulu Hustai National Park Hustai National Park Hustai National Park Und das Ding Ist das da Wäre fast noch dafür Dass wir dichter sind Da vielleicht Vielleicht noch Finish 59 Meter Ganz knapp Wir waren doch weiter hinten Das war ein Risiko Okay Ich hätte Mit dem Hustai National Park Auf jeden Fall Länger gebraucht Das zu finden Der Tipp mit Lund War halt gut Aber Ja Haben wir Wegen Sinn Aktuell ist es übrigens 0,49 Im Minimarket In Mongolia Die Sonne ist 20 Grad Äh Hinterm Horizont Okay Und damit in die Runde 4 von 5 Wo verschlägt es uns jetzt hin Ihr dürft Tipps abgeben Ich sage Oh eine schöne Insel wäre mal was Bermuda oder sowas wäre geil Oder Bahamas Noch besser Ne Bermuda Bermuda wäre cool Oder halt Nördliche Marianne Oder sowas Oh No Vehicles Ey Sorry Ich bin hier nur gespawnt Das ist doch wieder Irland Schottland Da haben wir Gestern auch so richtig Lange gebraucht Irgendwann stehen wir hier In der Kurve Das sollte man erkennen können Wenn man das erstmal findet Please close the gate Ey 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 Ich habe keine Möglichkeit Das gate zu closen Ich bin nur Fahrer Aber so Hier Bäume nicht Aber hier so gar nichts Es sieht Also wenn man das sehen würde Würde man auch sagen So boah Das könnte Island sein Oder sowas So eine Krater Mondlandschaft Das war eigentlich Beim letzten Mal Irgendwo hier unten Bei In dieser Ecke Aber ich weiß nicht Ob es in Irland Vielleicht mehr Ecken gibt Die so aussehen Da hatte ich echt auch Das war so ein Fjord Und da habe ich geschworen Das wäre Norwegen Und dann war es Irland Hätte ich nicht erkannt Wusste nicht Dass Irland Ecken hat Die so norwegisch Aussehen können Ich wurde eines Besseren belehrt Aber hier mit den Mauern Nicht das eindeutig Dann eher In die Ecke Aber gut Das können auch Die schottischen Highlands Noch sein Also ich lehne mich Nicht zu sehr aus dem Fenster Mit Irland Vielleicht waren wir auf der 917 Dann wüsste ich wo wir sind Dann kommen Häuser Oh oh Ich hoffe hier geht es weiter Ah ja Die Straße geht links Um die Häuser Die Garage ist neu Als das Haus Prioritäten Muss man setzen Ah guckt mal Schöne Straße Und ein Wegweiser Kirk Michael Bollock Sneffeld B10 A10 Drewdale Also bei Cork Wüsste ich Kirk Michael Bollock Ist das nicht wieder hier Da oben Ah hier ist keine A und B A9 ist hier A82 A9 A7 A6 A4 A1 Hm A30 A2 A10 Hier Weiß nicht Ich glaube nicht dass wir in der Nähe von London sind Kings Kings Lynn Docking Vielleicht irgendwo hier Halt Corner Wo ist Kirk Michael Gäbe dich zu erkennen Gäbe dich zu erkennen Norwich Bollock Das kann nicht da sein Ich meine die haben keine A10 Nicht die haben N's Oder heißt irgendeine kleine Ne R Heißen die kleinen Straßen B10 Ich meine Isle of Man wird es auch nicht sein A18 A3 Kirk Aber die haben Kirk Mogok Mogkold Douglas Doch hier All of Man Krass Okay deswegen sieht es irisch mit englischen Einflüssen aus Aber ich hasse solche Zwischeninseln Okay und wo ist jetzt die A10 Die hier hinführt A26 A24 A1 A20 Okay sehen wir einen der anderen Orte Snefall Snefall klingt irgendwie wie Gollum Snefall muss Münze sammeln Snefall sauer wird Da ist Bollock Okay das ist 6 Kilometer weg Kirk Michael Darf den Ring nicht kriegen Snefall sauer So 6 Kilometer davon weg Und wie viel Kilometer davon 4 Okay wir sind eher da dran Dann sind wir irgendwo hier drin Kann das sein Bollock ist der andere Bollock Der Druide Wo ist ein Druidal Wenn wir das sehen Hier ist Orisdale Hier ist Ravensdale Also wenn hier Orisdale wäre Würde es auch dran stehen Würde ich denken Crackhouse Ganz wichtig Dass man das auf Google Hinschreibt Ich meine wir wissen ja Wir sind auf der B10 Und das hier ist nicht die B10 Hier ist die A10 Bei Gronkh Wir nennen das einfach Gronkh Dann kann ich es aussprechen So wenn wir jetzt noch die B10 hier finden Aber wir können ja nicht so weit von Kirk Michael weg sein 4 Kilometer 4 Kilometer bedeutet Das hier Und Bollock sind 6 Also das hier sind 5 Kilometer in etwa Das heißt wir müssen irgendwo sein Dass wir da 5 oder da 5 hinkriegen Ja ich glaube Druidale wird nicht drin stehen Nicht wahr Moor Cottage Und B10 wird auch nicht eingezeichnet sein Ramsey Gordon Ramsey Andreas Sehr einfallsreiche Innamen hier Polyroad Okay wir sind ja eher im Bergigen nicht Also wir sind nicht im Flachen würde ich sagen For Sale Da Könnt euch gönnen Also ganz ehrlich Ich glaube ich habe schon schlechtere Häuser gesehen In Deutschland viel mehr Wie viel wird das kosten Mountain Road Aber mit dem Blick Morgens aufstehen Gut Du hast einen Wald Falls du erheizen musst Ist auch nicht mehr EU Okay also 6 nach da 4 nach da Über die B10 Wenn wir die B10 finden Ich habe ja Also eigentlich kann nur das hier die B10 sein Ich glaube wir stehen genau hier gerade Haben wir einen Straßennamen Die Straße hört ja hier Auch theoretisch auf Warte mal Die Ausrichtung ist West-Ost Ah ne Das würde nicht passen Wir haben hier so einen krassen Schlenker Den muss man doch sehen können Hier in sowas Dachte ich Sind wir gestartet Also der Wegweiser wird er Und Sneffel sich Hier ist Sneffel Okay Sneffel haben wir Das ist 4 Kilometer von uns weg Das ist 4 weg Kirk Meike ist 4 weg Wie kann das beides 4 Kilometer von uns weg sein Und das 6 Also selbst wenn ich hier Ein Dreieck zeichne Kann ich ja nur hier sein genau Und dann komme ich nicht nach Kirk Meike Und nicht nach Sneffel Dredale Hier Dredale Road Das heißt hier ist irgendwo Dredale Dann sind wir in dieser krassen Ecke vielleicht Ost-West Und die geht nach Nord weg Die eine Unsere Ja Und unsere geht nach Nord weg Dann sind wir gerade hier Das andere sehen wir leider nicht Wie das da weiter läuft Und die macht den Bogen über dem Hügel Das heißt wir kommen von hier raus Ist nur die Frage Auf welcher Höhe Bei No Vehicles Nach Südosten Also wahrscheinlich Osten und dann nach Süden Wahrscheinlich hier Wir haben hier hinter Haben wir so eine krasse Kurve gehabt Die von Die ging vom Nordosten Nach Südosten Von Norden Von Nordosten Nach Südosten Also so Das heißt wir stehen hier vielleicht Dann stehen wir Da Ja Wann das können wir nicht stehen Das ging ja auch nach Süden Nicht Ja Das ging nach Südwesten Unsere geht nach Nordosten Wenn da jetzt ein Fluss noch kommt Dann logge ich ein Ja Und manchmal sieht man die Flüsse nicht Weil die so Mickrig sind Okay Wir machen Bogen nach Norden Ja Eigentlich hätte ich den schon früher erwartet Aber okay Ich glaube ich kann einloggen Oh Hier kommt nochmal ein Bogen Nach Nordwesten Das schon hier Ja Okay Das heißt den Fluss sieht man nicht Der ist super klein Bingo Fünf Meter Haben wir Ich weiß ja immer noch nicht Wie das nur vier Kilometer weg sein kann Und das sechs Und das Also Wenn man mal Rein logisch ist Ich muss hier runterfahren Und hier hoch Das sollen fünf Vier Kilometer sein Und das hier Sollen vier sein Aber das sollen sechs sein Glaube ich jetzt nicht oder Gut Von der Stelle da unten Ah Okay Von der Stelle sind das vier Das vier Und das sind sechs Okay Ja Ist ja nicht vom Startpunkt ausgerechnet Na Gemein Gut Damit kommen wir Runde fünf von fünf Ab nach Lassen wir uns überraschen Afrika Botswana Südafrika Wow Sieht aber gut aus Linksverkehr Ja Die Straße geht straight nach Norden Nein Nicht ganz leicht Nordwest Ist das die Straße von gestern? Hat Hat so den Touch Nicht? Als ob wir die gleiche Straße haben Nur ein Stück südlicher Oder so Ich kann hier schon wieder Nicht weiterklicken Aber in Botswana Also ich muss sagen Wenn ich irgendwo gerne Geotestik spiele Ist es in Afrika Gerade in Südafrika Oder in Botswana Oder Kenia Das ist eigentlich immer Irgendwann Dranstehen Wo du bist Wie viele Kilometer Zur nächsten Stadt sind Klar musst du manchmal Einfach Zwei drei Kilometer Geradeaus fahren Und manchmal hast du nur Eine doofe Sandstraße So wie gestern Das eine Mal Klar Aber das kann dir überall passieren Aber so grundsätzlich Sind die Langsamsten Runden Eher in Europa Oder halt Indonesien Oder sowas Wo man die Sachen Nicht lesen kann Aber hier ist ja 90% Englisch Und Oder zumindest Europäische Arabische Buchstaben Da kann man Das besser wahrnehmen Bimbek WB Leo Bisher hält Noch unsere Streak an Letzte Runde Botswana Südafrika Und dann haben wir Die volle Punktzahl Oasis 2 Würde ich jetzt Nicht als Oase Bezeichnen Die Straße ist schon krass Na Er hängt heute Auf jeden Fall immer Hast du Mongolei geschafft Jawoll Haben wir geschafft Dein Tipp war Gold wert Und dann haben wir Hab ich mich durchgeklickt Wir haben einen Park gefunden Einen National Park Den hab ich dann Auf der Karte gesehen Und dann Haben wir Rückwärts Suche gemacht Quasi Von Von der Straße Und Das was Da blau markiert war Dieser eine Minimarkt Der Hushel Minimarkt Der war dann auch Derjenige Der Uns zum Glück Geführt hat War aber 60 Meter Entfernt Nicht ganz 60 Meter Also Glück gehabt Ein paar Meter weiter Vorne noch Oder hinten Gut Hinten wäre sogar gut gewesen Aber Ich hab fast zu weit Nach vorne an den Markt Rangeklickt Aber Haben wir dann Hinbekommen Hat halt super geholfen Allein die Region Zu wissen Aber die Straßenführung War eigentlich auch Dann Relativ eindeutig Treated Timber Okay Ja Südafrika Und ich glaub Lesotho Oder Eswatini Hat eine sehr starke Waldwirtschaft Die haben riesige Tannenwälder Teilweise Einmal sind wir In einem gestartet Plot for sale Guckt mal Hier ne schöne Wohnung Ne Dann lieber in Irland Oder Oder in Schottland Oder wo waren wir grad Eye of men GG Ja Das war ein großes GG 4G Wie heißt denn der Anbieter Airtel Airtel Mamasomi Shop Sweeter Sweetshop Syriot Store John Wielding Hardware Okay Hier kriegst du alles Und ein Hostel Oder Hotel Weiß nicht Ob das noch Offen hat Wheel In Und seht ihr Hier Das meine ich Nämlich Super praktisch Einfach so ein paar Meter am Straßenrand Zu haben So dass Jemand der Vielleicht nicht Im Straßenverkehr Fahren kann Will Oder irgendwas Gucken möchte Einfach mal Ranfahren kann Warum wir sowas In Europa Nicht hinkriegen Ist einfach Traurig Ob du beitreten kannst Ich spiele meistens Alleine Weil ich ja Sehr sehr langsam Spiele Weiß nicht Ob man da Mitmachen möchte Weil es kann ja Bis zu Stunden Dauern Wenn wir in Indonesien landen Zum Beispiel Und eigentlich Wollte ich hier Nach Skull and Bones Heute machen Wir haben gestern Schon sehr viel Geotastic gehabt Wir wollten noch Ein paar Piraten Schnetzeln Aber ihr könnt Mich natürlich Überstimmen Und sagen Nein Wir wollen Kein Skull and Bones Wir wollen Geotastic Und Ja wie gesagt Ich mach gerne Eine Runde Auf Für mehrere Oder nehm Euch auf Aber Bisher hat es Keiner durchgehalten Wenn wir in Indonesien landen Eineinhalb Stunden Mir zuzugucken Wie ich rumkrepe Und die eine Einzige Schule Finde Weil ich halt Kein quick guess Mache Deswegen ist das Immer schwierig Das sieht schon Südafrikanisch Alles aus So nicht Sehr sehr ordentlich Also extrem Ordentlich Sehr europäisiert Möchte man fast Sagen Du bist für Piraten Oha Da haben wir schon Eine Gegenstimme Gegen Geotastic Danger Flammable Product No Smoking No Open Flames Bitte Schett Benehmt euch mal Es ist Danger Einmal nicht Rauchen Wär doch Vielleicht Wichtig Auch einfach Richtig Cool Oh ich hab Lust einen Laden Aufzumachen Machst du hier Einfach einen Laden Auf Nicht In Europa 1500 Genehmigungen Und dann darfst du Immer noch nichts Verkaufen Und dann darfst du Noch 18.000 Euro Miete zahlen Für so einen Stand Manchmal ist es besser Wenn Sachen einfacher Sind Aber lange Keinen Schild Funde ich Also Das wäre Irgendwie mal Cool jetzt Oh Er hat uns Gedreht Wäre Irgendwie mal Cool jetzt Irgendeinen kleinen Hinweis Zu finden Ich meine Die Straße Ist richtig Cool Und lang Die wird man Finden Piraten Sind wie Zombies Ketchup Und Käse Die machen Alles besser Also Piraten Oh oh Zwei schon Für Piraten Denn die können Piraten Ich stelle mich selber Aufs Absteckleis Keine Sorge Steht da Sixten Was sieht ganz hübsch aus Hier hinten Oder So Sehr 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 Auch Normale Gebäude Da steht Auf was drauf Kirche Kack Mountain View Church Kack 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 Ich hab Kack schon mal gelesen Kenia Kenyan Agency Hm Ah da vorne Komm ein Schild Wo wir sind Der war mehr als Flach Der war unter Wasser Der Witz ist Über die Planke Gegangen So Wo war das Schild Ich hab doch Gerade Ein Schild Gesehen Hm Da ist auf jeden Fall Ein Rabe Dachte ich hab Ein Schild Gesehen Hier am Straßenrand Und dann hab ich Mich verguckt Oder Das war Irgendwas Was Wien Steht Von Weite Außer Kijabe Oh Medical Center Health Care God's Glory Kijabe Hm Das klingt schon Kenianisch Irgendwie alles Okay Kann ich da nicht Auf der Großen Straße Rauf Doch Okay Wo ging es nochmal zu den Anderen Streamern Äh Geht nicht mehr Nur gegen Eine Auslöse Von Eine Milliarde Subs Das du Wechseln Denn das Wird dir Das ewige Seelen Heil Bringen Okay Aber ich Verstehe Was die mit Mountain View Meinen Nicht Weini Quickass Oh Das könnte ich Nicht Quickass Ist so Unbefriedigend Ich will doch Genau Wissen Wo ich Bin Quickass Ist so Random Nicht Das ist Für mich Keine Herausforderung Irgendwie Auch wenn ich Da oft Falsch Liegen Würde Aber Irgendwie Hätte ich Davon Nix Marillo So Way to Marillo Wart mal Steht hier hinten Vielleicht Irgendwas Auf dem AKW Auch nicht Cargo Staff By Cyrey Strictly No Unauthorized Passengers Vitale Elgon Mosavik LTB Okay Das ist der Firmenname Hilft mir Auch nicht Weiter Mach doch 5 Minuten Jetzt Ne Ne Das kann Ich Auch Nicht Ich Kann Auch Diese Ganzen Challenges Die es Gibt Einmal Nicht Machen Das Mach Mich Einfach Im Kopf Fertig Ich Will Mir Auch Die Gegend Angucken Ich Will Auch Genießen Nicht Die Aussicht Angucken Und Wenn Ich Dann Nur Fünf Minuten Habe Dann Kann Ich So Was Gar Nicht Sehen Und Dann Hetz Ich Da Durch Das So Ja Wie Urlaub Hier Sein Und Überlege Ich Mir Oh Da Hat Sich Eben Einfach Die App Geschossen Ob Das Ein Zeichen War Das Kannst Du Doch Die Piraten Fragen Guck Mal Hier Berlin Gästhaus Also Ich Würde Sagen Wir Haben Alles Gesehen Unternehmen The Apple Restaurant Guest Haus Restaurant Guck mal Die Kriegen Sogar Ein Gehweg Hier Wow Also Eine Einzige Aufstrebende Region Die Ich Kenne Die So Krass Baut Ist Auch In Ghana Aber Sieht Nicht Nach Ghana Aus Aber So Ein Schild Wo Mal Was Drauf Zu Lesen Ist Wir Nicht Nicht Verkehrt Safari Galitos Discovery Amazing Everyday Safari Center werden in Richtung Tansania Aber Grillen Coffee House Der Sheriff Hat sich gerade erstmal einen Kaffee gegönnt Warum nicht We We Fly Guck mal an Mach Keinen Urlaub Sondern Spiel Geotastic Nein Nein Wir Machen Eher Urlaub Professionelles Geotastic Spielen Gibt Es Bei Anderen Wir Wir Wollen Die Anderen Momente Mitnehmen Die Die Anderen Alle Übersehen Doppel Hirsch Wesen Am Rand Kadaver Die Von Irgendwelchen Anderen Sachen Gefressen Wären Sowas Werden Wir Alles Erfinden Erfinden Ersehen Zum Beispiel Auch Der Lieblingsbaum Von denen Was Mir Für Kenia Noch Fehlt Ist Der Internet Anbieter Wir Haben Zwar Airtail Aber Wir Haben Nicht Safari .com Das Machen Wir Noch Ein Bisschen Stutzel Ich Einfach Mal Cool Eine Flagge Einen Stadtnamen Irgendwas Zu Haben Panorama Park Hotel Lake Naivasha Okay Das Das Beste Was Wir Bisschen Haben Lake Naivasha Ey Ich Will Nicht Nach Lake Laivasha Railway Crossing Auch Nicht Schlecht Wow Cooles Panorama Hotel Hamburg Süd Wir Sind In Hamburg Wie Konnte Ich Das Denn Über Sehen Natürlich Sind Wir In Hamburg Eindeutig Das War Die Elbphilharmonie Da Oben Okay Wir Können Nur Da Rum Nee Da Geht's Noch Weiter Puh Caution Slow Bus Okay Also Richtig Coole Gegend Nicht Und Eine Schöne Straße Hier Hier Kann man Wieder S Fort Bewegen Da Nairobi kommt der her. Cooler Super K-Super. Ah. Ufrap The Slice of Lies. Ach, Unwrap. Ufrap. Naja. Und da vorne, irgendwie mein grünes Schild wird jetzt trotzdem geil. Welche Stadt. Ich will jetzt nicht alle Seen absuchen müssen. Die vielleicht gar keinen Namen haben. Das ist nämlich immer auch so ein Problem. Die Google Maps Daten beinhalten halt nicht alles. Oh. Enkai Naisho. Mhm. Irgendwie kann man hier alles lesen, nicht wahr? Ganz ehrlich, bei uns gibt's auch so ein, ähm, so eine Situation. Hier stehen ja die ganzen gleichen Autos. Wenn Amazon bei euch in die Tankstelle einfährt, wenn ihr ein Amazon in der Nähe habt, dann stehen auch manchmal 30 Amazon-Auto und blockieren die ganze Tankstelle. An so eine Situation erinnert mich das hier gerade. wieder OPPO. Safaricom. Okay, jetzt hätte ich auf jeden Fall gewusst, wo wir sind. Bei den Anbietern gibt's nur in dem einem Land da. Urban Dining. Mhm. Richtig hübsch. Bavani Stores. Supermarket. Eine Shell-Tankstelle. Family Bank. Da, 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 da. Nakuru. Okay, endlich haben wir was. Kizumi. Nakuru. So. Wir sind also auf der A104. Station Road, Station Lane. Ja, die Frage ist, in welcher Stadt sind wir? Navisha. Vielleicht sind wir hier irgendwo. Aber unsere Straße geht ja straight nach Norden die ganze Zeit. Und Nakuru liegt nach Norden. Also unsere Straße geht so, ganz leicht. Ohne Unterbrechung. Und das ist nicht die hier. Das, hier geht auch links, rechts. Das kann so auch nicht sein. Nekna Vysham. Na, den haben wir auch. Aber wir brauchen eine Straße, die nach Norden geht. Das macht mir viel mehr Sorgen. Dann sind wir auf der hier. Die hier haben wir. Und dann sind wir kurz vor der Stelle hier. Und Station Road, nicht? Das könnte erklären, weil hier gleich das kommt. Also wir fahren jetzt nach vorne bis zur Autobahn. Dann sind wir ganz sicher. Aber das passt schon. Sehr viele Autos hier auf jeden Fall. Würde auch den Zug erklären, nicht? Der fährt hier lang. Das passt also auch. Die Straße sah besser aus als so eine weiße. Hätte ich nicht gedacht, dass es nur eine weiße ist. Watershop. Da kommt der Bogen. Oh, die haben Kreisverkehr hierhin gebaut. Okay. Und dann macht die aber den Bogen, den wir brauchen. Nach Osten. Und da kommt die Autobahnauffahrt. Okay. Da ist der Kreisverkehr. Der Dings nach Osten. Und das Autobahnkreuz. Okay. Wir sind also in dieser Straße. Jetzt auf welcher Höhe sind wir? Okay. Tja. Wir haben auf jeden Fall eine Straße Richtung Osten. Wenn man das als Straße bezeichnen kann. Vielleicht anhand des Berges. Der liegt Richtung Südwesten. Das ist der hier. Okay. Und das ist die Ecke da wahrscheinlich. Irgendwo hier halt. Five Acres. Vielleicht hier. Was haben wir in die andere Richtung? Haben wir da irgendwelche Berge? Wir haben einen kleinen Hügel Richtung Nordosten. Was könnte der sein? Aber der muss dichter an der Straße sein. Ah. Der ist vielleicht auch zu klein. Könnte der hier sein? Oder der da? Hm. Ach Zuschauer. Oh weh. Die armen Zuschauer. Ich entschuldige mich schon mal bei euch. Und auch bei denen auf YouTube. Oh. Da waren noch gerade schöne Hinweisschilder. Und jetzt. Ah. Wenn wir auf der Seite bleiben. Komm. Nein. Ja doch. Das Schild ist noch da. Bitte. Nein. Ich will das Schild haben. Shit. Jetzt ist es nämlich weg. Kacke. Jetzt ist es wieder da. Nein. Mal gucken, ob da Five Acres draufsteht. Und stelle ich erstmal die armen Zuschauer in der Aufnahme vor. Die sich das vielleicht irgendwann mal angucken werden. In 10.000 Jahren. Wenn YouTube aus den Internetarchiven hochgekramt wird. Oder Aions. Die das ins All übertragen bekommen. Oh mein Gott. Die werden uns alle töten. Tja. Das da könnte jetzt das hier werden langsam. Wenn wir jetzt einen Bogen machen um diesen Hügel. Dann haben wir den zumindest eingegrenzt. Aber dann. Aber die genaue Stelle herauszufinden wird echt. Ass. Ich hätte gedacht wird einfacher. Was stand da? Denke ich mir auch immer. Ich hätte vor. Das Internet löscht sich zum Teil selbst. Und hier bleibt. Und das hier bleibt übrig für die Aliens. Ja. Gut. Es könnte schlimmer sein. Es könnte ein Fortnite Turnier übrig bleiben. Das hier zeigt Wingsinn. Das wir uns für unseren Planeten interessiert haben. Ja okay. Also das ist jetzt der hier. Jetzt ist die Frage. Welcher von diesen scheiß Straßen. Haben wir hier. Und was ist das? Zählt das? Als Weg? Also das Ding wird das hier sein. Oder? Gehe ich mal von aus. Das heißt. Das wäre der Weg dann. Weil der so aussieht als ob er da hinten rauf geht. Und da ist noch ein Hügel. Das könnte der sein. Und der da könnte dann nämlich das hier sein. Irgendwie. Jovihil. Tja. Was sagt ihr? Eins, zwei oder drei? Ich mach ne Abfrage. Wir machen mal eine Umfrage. Wir machen so selten Umfragen. Neuabstimmung. Welche Stelle? Eins Nord. Zwei Mitte oder drei Süd? Umfrage beginn. Aber ich weiß es doch nicht. Eins, zwei oder drei. Oder eine ganz andere Stelle. Dann müsst ihr das in den Chat schreiben. Und wir können mal eine Vorhersage machen. Bei acht oder neun Leuten. Neue Vorhersage starten. Ähm. Schaffe ich die volle Punktzahl? Ja. Oder nein. Oder mir Wurst. so. Gamba, Gamba, Gamba. Ich mein, die geht, wenn ich mir hier das angucke, ganz gerade. Und hier sind ja auch ein paar Roads. Das könnte auch das Giraffe hier sein, nicht? Oder das Giraffe. Läuft hier aber. Könnte auch das sein. Aber dann bräuchten wir jetzt eine Road daneben. Ich fahr ja noch mal. Wir fahren noch mal ein Stück. Ja. Ich mein, hier scheinen hier kommen Häuser links. Hier ist noch mal eine Straße. Die ist komplett aber krumm und schief und geht direkt auf den Berg rauf. Das könnte die sein, doch. Aber die ist eigentlich krumm und schief hier vorne. Hätte ich eher hier erwartet, nicht? Das könnte das Zeug hier sein mit einer Sandstraße hier ran. Ich glaube, hier sind nicht alle Straßen eingezeichnet. Viel wichtiger ist, welche Stelle. Einmal Nord, einmal Süd. Ach, Leute. Wenn ihr jetzt noch einmal Mitte nehmt, drehe ich durch. Und hier gibt es auch noch mal einen Weg. Aber der führt links und rechts an diesen Hügel rum. Ja, die sind nicht eingezeichnet, nicht? Die führen hier irgendwo hin. Auf der anderen Seite ist halt nichts. Okay, wir können noch mal nach Süden gehen. Von der Stelle, vielleicht sehen wir da noch was. Bitti Mitti, sagt der Hamsti. Dann sei ich drunter. Jetzt haben wir alles 50%. Ach, Schett. Ihr seid echt, ihr seid echt hilfreich. Hier haben wir auch eine Straße. Die führt auf den anderen Hügel. Guck mal, da haben wir auch eine Straße. Ich würde sagen, das ist das hier, nicht? Wir haben hier dieses Stück und da hinten das da. Das ist unsere, die sich da aufteilt. aufteilt. Dann sind wir vielleicht doch eher hier. Hm. Oder? Nee, 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 nee. Das hier ist das hier. Das ist die hier und dahinter geht die schräg hier rüber. Das ist das und das da gerade ist das hier. Na, Waschalons. Wie heißen die Dinger denn hier? Plots for Sale. Ma... Makaopoulos. Hm, hilft uns nicht, oder? Vor allem Zoll, 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 kann ich hier wirklich ein... Ist das ein Friedhof? Hm. Hab extra Mitte gestimmt, um dich zu ärgern. Jetzt das zweimal Mitte. Makaopoulos. Mitte wäre hier, ne? Ich wahr, Shad? Ja. Er sagt, hier stehen wir. Gut, das kann auch das hier sein um das Plot drumherum, nicht? Na, schwierig. Mittag gewonnen. Ihr seid für Mitte, also. Aber guckt mal, hier läuft doch eine Straße. Ja. Nee, 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 nee. Das hier, da. Das hier, das hier. Oh, na, sag mal, ich bin in die Richtung, hier geht zweimal nach da. Das hier ist die hier. 100 Prozent, oder? Können aber auch die hier sein. Nenn es nicht Straße. Hey, hey, hey. Wir haben schon ein Schlechteres gehabt, was wir als Straße betiteln mussten. Und dann, guck mal, da kommt doch ganz lange gar nichts. Und dann kommt unsers. Das ist dann unsers. Guck mal, wie weit das weg ist von den anderen. Hier sind die, die sind diese Acres-Dinger. Also, wenn unsere jetzt nicht eingezeichnet ist und das nicht die ist, ich gehe auf Nord. Ihr sagt Mitte. Ist die Einreichung denn vorbei? Kann ich gar nicht sehen, nicht? Muss ich hier gucken. Einreichung abgeschlossen. Keiner auf Ja. Ihr, nur auf Nein. Wow. Tja, wenn keiner mitmacht, Finish. Jawohl! Okay. Wie kann ich die auflösen? Abstimmung verwalten. Also nicht Abstimmung, ich will Vorhersage verwalten. Ergebnis wählen. Das Ergebnis ist Ja. Pleite. Kanalpunkte weg. Boah, ist einfach aber gut gefahren. Aber die ganze Zeit gerade durch. Sofortiges Karma. Ich habe nur getreut. Tja. Und damit kommen wir zu den Final Results. 30.000 pünkt die Laien endlich mal wieder. Wir waren in Rumänien 17 Minuten, 42 Minuten in Bangladesch, 20 Minuten in der Mongolei, 12 Minuten in der Isle of Man und nochmal 33 Minuten in Kenia. Gut. Davon 12 Minuten Chat kann man abziehen und Umfrage und Co. Aber ja, eine gute Runde und ihr wisst, was jetzt noch kommt? Fun with Flex, bis ich vier Flaggen korrekt habe. Einmal troll ich und einmal verliere ich dann alles. Tja. Aber was war denn das? Ostimor? Nee, Eritrea. Ostimor hatte Rot außen. Eritrea. Hätte ich nicht erkannt. Boah. Okay, schon die erste versagt. Ein Klassiker. Das hier ist ein Klassiker. Vigilatée. Das sind die Philippinen, nicht wahr? Ich weiß nur nicht, das ist nicht Montserrat. Ich weiß nicht, ob das die Britischen waren. Ja, okay, das waren die Britischen mit diesen komischen Dingern. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist Peru. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist Amerika. Das weiß ja jeder. Und hallo, J4Wer. Oh, die Vereinigten Staaten von Liberia. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Was? Libyen? Ja. Ich habe mir nämlich gemerkt, hier war irgendeine schwarze Flagge in der Mitte. und damit haben wir vier Flaggen richtig und damit endet diese Aufnahme für euch YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.